Oh Gott, ich bin noch so weit gerutscht. Ja, ich habe auch gedacht, du bist erschossen, aber alles safe. Ja! Komm zu Crypt Games! Zusammen mit Zambay, Fufu, Maudado und der Community. Das ist eine schlechte Version von Squid Games und ich wünsche euch viel Spaß. Ach ja, und lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Jetzt ist deine Chance, Maxi. Okay, Pylons Sieg, erste Runde, ich sterbe, oder? Natürlich hat er mir nie ein Messer bekommen. Ach, scheiße, ich bin direkt im Zingel. Oh, Leute, bitte, warum geht die direkt auf mich, Fufu, nicht? Ich habe einen, ich bin, bin ich jetzt safe? Höh, ich bin safe, glaube ich. Ey, der eine ist unsichtbar bei mir, der eine ist unsichtbar bei mir, das ist unfair. Ach, Mann, ich bin gleich tot, ich werde verfolgt. Hallo, Maxi. Kannst du nach vorne gehen, ich bin gleich tot? Aber der hat nicht gesehen, wie du hier reingeladen bist, oder? Der hat nicht gesehen, wie du hier reingeladen bist. Nein, 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 nein. Hört mal auf mich zu stimmen, warum bin ich hier rausgeschubst? Bitte, bitte, ich bin gleich tot. Ich habe 28 Leben. Hä? Da kann man hoch. Ja, aber dann ist man einfach oben drüber. Ja, cool, Leute. Das kann man auch ausprobieren. Viel Glück, Maxi. Danke, ich bin One-Hit. Du schaffst das. Ich bin absolut One-Hit. Oh, das ist jemand vorbeigelaufen. Du bist absolut der erste Kasse, wenn du dich an jemanden ziehst, bist du so tot. Das Ding ist halt, ihr habt beide mehr Leben als ich, ne? Und ich bin hier unten stark. Ja, aber ich finde da nie jemanden, Maxi. Ja, wahrscheinlich, oder? Oh, oh, da bin ich richtig verzweifelt. Oh, da kannst du mich nach oben lassen. Okay, komm. Oh, du schaffst mich raus. Ja, hübsch, 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 hübsch. Hübsch, 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 hübsch. Ja, du musst auch drauf. Okay, genau. Und jetzt musst du dashen und hübschen gleich. Hübsch, 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 hübsch. So. Oh, er kommt wieder. Er kommt doch nicht hier hoch. Hallo. Hallo. Willst du mich abstechen, ne? Wow. Wollado, geht's dir gut da unten? Mir geht's dir perfekt. Das freut mich. Ich gehe jetzt so auf deinen Kopf drauf. Hier unten, wenn nicht mal was passiert, Maxi. Ja. Ja, aber, ja. Oh. Wow. Okay, ich schreibe es dir in den Chat. Du bist mal dabei. Ich warte, ich schreibe es dir in den Chat, okay? Links, rechts. Links, links, rechts. So. Ja, Maxi. Ey, das sind so viele. Nee, die schaffen das schon. Vertraut einfach meinen Worten. Siehst du? Links, links. Ey, ich habe links, rechts geschrieben. Ich habe links, rechts geschrieben. Komm mal, da, da schaffst du. Links, rechts, ja. Links, rechts. Und dann? Ja, dann war es, ähm, uff. Ich weiß nicht mehr, der Chat ist verschwommen. Ich sag recht. Ich würde sagen, links, Maudado. Aber jetzt, jetzt würde ich mir... Nee, ja. Dann sage ich gerade recht. Ey, wir haben kaum noch Zeit. Kann das irgendwer Puffo machen? Los, links, rechts, rechts, links. Ja, rechts, ja. Rechts. Nee, links. Ach, puh. Mann, okay. Ja, Maxi. Rechts. Lass mich in Ruhe. Was ist die erste Platte? Was ist die erste Platte? Links, 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 der erste Platte. Ich komme bitte hinterher. Links, rechts, rechts. Ja. Und dann nochmal rechts. Ich füfte mich da nicht weg. Nochmal rechts. Okay, das ist erstmal, dass ich so auf so eine Platte springe. Oh, das war schwer. Nee, ich fahre. Ich gehe zur gelben Burg, zu Maudado. Ich gehe auch zur gelben Burg. Was muss man machen? Woher? Ey, wie kommt man da hoch? Ah, ist egal. Wir hatten ja 100 Sekunden. Ja, ich behalte einfach meinen Stick und, ähm... Hallo, Tom, ey. Hey, Maudado, auch einen Stick? Cool. Ja, ihr habt auch einen Stick. Da kannst du abgeben an den Typen. Ey, ich habe ihn geschlagen, aber irgendwie hat er gebrannt. Hier ist noch einer. Ähm, cool. Au. Hallo. Das hat immer... Ja. Ja, da ist jetzt... Warum kommt der denn wieder vorbei? Ich schupps ihn runter. Nein, jetzt habe ich den Scheiß-Dick wieder. Versuchst du auch, jemanden kurz zu geben? Habe ihn gegeben. Und jetzt komme ich wieder. Warte. Ah, da kommen so viele. Hau sie. Hau sie. Hau sie. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Okay, ähm... Verlass das Schiff. Äh, lauf, Maxi. Bitte nicht. Ich geh zum Lagen. Maxi, hinter dir ist jemand. Das glaube ich dir. Oh, shit. Stopp' mich. Komm. Ich will doch nur einmal hier weiterkommen. Bitte, ist das wie jemand. Gliding. Ich lebe. Ich lebe. Ja, ich hab's geschafft. Ich hasse dir so schwer. Ich hasse es auch. Oh, ich hasse das. Das ist die schrecklichste Web. Der gelbe Turm da an der Seite. Das ist der Lifehack. Da kann man richtig einfach hochklettern. Mit der Lighthack? Ja. Ich geh hoch. Bin drin. Okay. Die Punkte sind wichtig. Sag mir, willst du das nicht? Nein. Warum könnt ihr nicht Frieden machen? Ja, ich hab's wieder rausgehauen. Okay, cool. Ich bin hinter dir. Warum ist das so schwer? Nein. Hau den weg. Hab ich dann... Nee, Leon. Du doofenus. Lauf mal, ich bin hinter dir. Gib die Deckung. Schafft man diesen Sprung? Ja. Oh, jemand hat mich reingehauen. Zeckung. Junge. Das war so cool. Will doch nur. Oh, Maxi. Danke. Oha. Nee, ich bin runtergefallen. Okay, ich bin safe. Ihr schafft es noch einmal vielleicht rein. Aber wir haben uns gehauen gerade. Nein, ich wollte den Kings. Ich helfe dir. Tschüss. Ich habe... Guck mal, wie viele Punkte ich habe. Wo, wo? Wir haben so viele. Das ist so ein Luck-Dick. Head King? Was ist Head King? Nee, nicht. Krone. Oh, ne. Krone. Oh, okay. Hab keine. Leute, der hat mich in die Map gedrückt. Ich steh in der Map. Komm, man. Okay, gewonnen. Was? Ich kann meine Krone später abgeben gehen. Ich komm dann irgendwie raus. Du bist so, man. Ernst, ob ich keine Ahnung habe. Wo ist der Vermeid? Wo ist der Vermeid? Ich steh in dem Block drin. Ach so. Sehr nice. Ich bin auch fein, glaube ich. Ich hab einen guten Spot gefunden. Hallo, Fufu. Also, ich bin, glaube ich, eh safe mit meinen 217 Punkten. Gibt's eine Tafel? Oh. We win. Okay, Leute. Das sind echt wenige Leute. Es ist halt nur noch ihr drei und einer, glaube ich. Können wir den einen hauen? Oh, schon den Modus. Ach, nee. Wir müssen uns nach rechts verlagern. Okay, wir schaffen das. Okay, aber nicht mich hauen. Nee, nee. Mein nicht. Der Stein ist mal safe, ne? Ja, ich kann mich gewinnen. Ich habe mal auf mich umgeschaut. Nein. Okay, Maxi, geh nach rechts mit dir. Nee, warte, ich warte noch ab. Oh, scheiße. Geh weg. Ich bin noch so weit gerutscht. Ja, ich habe auch gedacht, du bist erschossen, aber alles safe. Ja. Okay, Maxi, I know. I know. Was? Das ergibt keinen Sinn. Dann bin ich in Superteam. Komm, du hast gewonnen. Oh, du hast gewonnen. Okay. Maxi. Was ist leid? Yo. Yo. Ey, das ist was da. Mach deinen Dance, Zombie. Ja, Zumbo. Pog Champ. Nein. Ich habe ihn so schön weggeschubst. Oh, das war toll. Ich will einfach nur noch das Spiel mit den Glasplatten, damit Maxi weiterpredikten kann. Ja, das war's. Predikten ist cool. Das war eine Stärke. Warum haust du mich denn? Was habe ich... Hä? Sogar nicht die Bombe. Mich hat einer in die Wand gedrückt. Ich habe ein Radio gefunden. Ich kann von hier unten Leute runterschubsen. Hallo, Leute. Hallo, Ash. Wir verstecken uns hier sofort. So fit oder so. Eigentlich Feuer wird es umgebracht? Ich glaube schon. Nein, es ist mir leid. Ich habe das Gefühl, er jagt mich ein bisschen. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr noch am Start? Noch lebe ich. Aber eine Bombe gibt es noch. Okay. Und die kommt gerade zu mir. Shit. Shit. Ich glaube, man ist gestorben, oder? Ich glaube auch. Ich habe eine Kronen. Oh, das... Äh. Ich hatte... Ich hatte... Makrosekunde. Jo, hier sind halt 100 Leute auf der Jagd nach der Krone. Okay, ich gehe die Kronen da oben jagen. Lauf, Mexi! Ich kann... Ich bekomme die Krone nicht mehr. Hallo, Mexi. Hi. Hi. Sie ist über mich rüber gesprungen. Okay, ich habe mir eine Krone gesleckt. Nein. Wie viel Punkt hast du? 119. Wir tauschen einfach immer wieder. Ja, ja, okay. Wie? Ich habe den geschlagen. Warte, ich habe ihn nicht. Oh. Komm mal hinter dir. Pass auf. Wo? Ich habe die Krone. Wo ist er? Wo bist du? Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich renne. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ne? Der Swordgamer da. Oh nein. Das hast du, Mexi. Ja. Renn. Ich renne. Ich habe es auf. Ne. Ey, das ist. Fünf Stück sind dann im Gang. Ich kriege keine. Ja, ist es weg. Ja. Ja, absolut. Ich habe dir noch ein paar Punkte. Genau. Da kommt der Beine hoch. Ja, renn, 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 renn. Ha. Ich schaff da nicht. Haha. Kommt nochmal. Sieht so ein Punkt raus. Ja, soll der haben. Ja. Mexi ist mega game. Ja, ja. Hier ist ein Außenstehender. Einer. Und zwar. Ich will auf Leute gehen. Echt? Ja. Puh, ich glaube, dir ist der Sieg egal, ne? Ich glaube, der hier ist es. Der hier ist es doch. Er ist nicht gesprungen. Warum nicht? Der hier bei mir. Der Stein ist es. Der geht gleich kaputt. Der hier bleibt safe wieder. Fünfzehn Sekunden nur noch. Was soll schief gehen? Oh. Neun Sekunden. Was soll schief gehen? Oh, da muss ich auch nicht. Wir können sich einfach nicht bewegen. Zombie, nice. No. Nein. Oh, ich habe ihn aber noch erwischt. Ja. Es liegt gut. Warte, fünfmal. Mexi. Ich habe mich nicht bewegt. Mexi, du kannst es werden. Ach ja, wahrscheinlich auch. Aber das ist auch dein Spiel. Mein Spiel, ja. Das ist dein Spiel. Das ist dein Spiel. Kann jemand in den Chat schreiben, dass er mich nicht hauen soll? Ich kann mal lernen, was er machen soll. Schreibt ihm in meinen Chat. Er soll mich nicht hauen. Link, links, rechts. Vertrau mir, Leon. Vertrau mir. Leon, vertrau mir. Links, Leon. Warte. Links, links, links. Ich muss das Gegenteil denken. Ich würde jetzt eigentlich links sagen. Links, links, rechts. Das ist rechts, rechts, links. Ich glaube, ich würde jetzt los. Mach rechts, rechts, links. No. Nein, dann die Jungs. Ach, Mann. So, Onkelette, das war es mit dem Video. Ich hoffe, ich habe euch ganz lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.